Now it's time to play Rayman Legends und wir springen wieder in das Bild Toad Story. So, der nächste Part hier beginnt und wir haben das erste Level mit Bravour verfehlt und sind jetzt im zweiten. Und ich wieder nicht dran geschont. Der Wind der Verwüstung. Und zeigen wir mal. Zack, was der Wind auf der... Oh, nicht schon wieder du, Mann. Oh, 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 lass den Mist. Oh Gott, oh Gott, oh, 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 oh Gott. Yo, yo, da links ist ein Geheimgang. Da links ist ein Geheimgang, ist ein Geheimgang, ist, ist, ist ein Geheimgang. Yo, aha. Kann ich nicht so hoch springen? Was ist denn mit ihr los? So, der muss... Ah, ist klar. Gerade kam ich drüber, komischerweise. Jetzt nicht. So. Aha. Haben ihn gerettet, den kleinen Wicht. Was willst du? Bleib mal zu, Auge, ey. Glubsch Auge. Was geht ab, was geht ab. Flup. Boah, der unendliche Flup. Wir müssen so machen. Oh nein, das geht schon wieder nicht. Äh, hä. Ich komme einfach nicht hoch genug. Check ihn nicht. Oder die können echt unterschiedlich hochjumpen. Boah, wie er ihn verhauen wollte, ey. Achso. Oh, oh, oh. Das war das... Ich hatte noch ein Leben. I've got the life. Flieg doch hoch, Junge. Junges Mädel. Da, 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 da. Au, 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 au. Au, 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 au. Ich bin... Das war nicht great. Okay, jetzt aber. Jetzt wird es inso greater. Hier ist mal die falsche Rhyme-Folge. Dann cutten wir erstmal seine Line hier. Und... 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 Was soll das? Oh Gott, habe ich da Glück gehabt. Oh! Okay, 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 okay. Okay. Okiddo. Was ist das denn? What the heck is in there? Ja, geil. Ich hänge in der Tür drin. Yeah! Ich kam gar nicht in den Raum rein. Jetzt aber. Dreh's. Oh. Ding, ding, ding. Ah-ha. Dankeschön. Danke-train. Weg der... Schneeple. Wauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauw wir haben es geschafft ihr säcke leider nur silber wieder aber es war ja auch okay ich hätte es lieber mit controller spielen sollen das game aber jetzt ist egal spielen wir mal mit tastatur durch ihr fobys jetzt oder feiern sie ab und weiteren crap freigespielt anora was anora auf jeden fall 600 meter unter tage das geht jetzt ab hier halte die luft halte der luft lehrt hast du das um zu schweben oh nein da hätte ich auf das trampolin gemusst hätte ich dann wow danke für den armen viel von dem bros europa das wird ein reines fall action hier die wände kommen näher da war ein dorn da war ein dorn dornen 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 wir sind überall dornen wir sterben hab ich alle drei homeboys gekriegt hier leider nicht ein bisschen mehr jetzt lucky lucky gefilmt den haben wir dafür jetzt aha dritte generalitätsstufe bär bär wiki ja den hat sich nur nicht was haben wir hier schloss in den wolken das schloss haben wir der 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 zack so jetzt starten wir mit dem leben ab in die wolken gimme 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 und zack weg da oh 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 das war ja so ging die auf einmal so ab habt ihr den jump gesehen von ihr wie sie auf einmal losgeflogen ist ok wir haben einen verloren der ist nicht schlimm ähm jetzt hier nicht wieder abdiven da auf anderen seite ist einer wir werden ihn retten helfen wir dir geh weg da war eine coin die coin die hab ich gesehen was wir haben unseren ersten bro schon verloren da hinten mit einer verprügeln in der dritten dimension da geht es in die dritte dimension boah ich sehe ihn was machst du da man ist das super geheime geheime geheimlevel schon verpasst nicht abhauen service kaput gemacht werden da ist was geheims ja was es hier oben Oh, gewusst. Oh Gott, oh Gott. Here I am. Rock you like a hurricane. Okay. Yeah. Oh, sure. Hi, bro. Komm da hoch. Oh, das war klapp. Und wir gehen weiter. Weiter, weiter, weiter. Und das können das Ende sein. Nein, noch nicht. Jetzt kommt noch die Rank. Geile Actionmucke. Fliegende Gegner, die beide von mir gehauen werden. Und mein Homie da oben. Homie. Homie. Nein, Mann. Nein, Mann! Homies! Jippee! Ja, ja, ja. Das hat nicht mal für Silber gereicht. Oder doch? Doch, Silber gab es noch. Oh, na, 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 na. Und wir schauen uns mal an, was wir hier alles haben. Wir haben hier einmal zur Heldengalerie. Da haben wir einen neuen Schaden, den wir freigespielt haben. Klein wichtig-Tour. Nehmen wir mal hier. Zack! Den haben wir jetzt. Dann schauen wir uns noch die Kuscheltiere an, die alle wieder neues Essen sozusagen haben. Coinies. Was auch immer du bist, Junge. Was auch immer du bist. Die Frösche. Die Ballons. Und die Toasties. Die Schweine. Und, äh, neue Challenge. Haben wir auch schon. Und so, Eldengalerie. Obwohl, ne, hier waren wir schon. Okay. Ach, hier neue tägliche Quest. Neue wöchentliche Quest. Mhm, 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 mhm. Alles klar. Dann muss man auch halt mal die ganzen Questi... Oh nein, jetzt bin ich reingesprungen. Jetzt bin ich reingesprungen. Machen wir es jetzt auch noch einmal. Yo, 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 yo. Der Endlose Abgrund. Bestimmt einfach nur... Komm, so weit du kannst. Ja, war mir schon klar. Alles klar. Wir versuchen es mal. Äh, das war schon... Ach so. Der Endlose Abgrund. Ach, cool. Äh. Ne, 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 ne. Hoppa. Schade. Hab mal neuer Rekord. Duh, 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 duh. Da hab ich fast alle besiegt. Ja, ist ja geil. Nein, das war natürlich nicht online. Oh, jetzt hab ich nochmal... Ach, komm. Egal. Ich will ihn einmal kurz in Ersten schaffen. Oh, hier ist mein anderes Ich. Und noch irgendwelche anderen fiesen Buben. Ah, alle. Die ganze Russell. Einmal kurz gewinnen. Das kann nicht so schwer sein. Es geht ja nur so, kommen wir so weit. Mowgli. Das hat uns so draufgefallen. Und hier ist er jetzt kaputt gegangen. Ich nicht. Also, jetzt hab ich schon gewonnen. Ich hab schon gewonnen. Habt ihr das gesehen, wie ich schon gewonnen hab? Deswegen jumpen wir hier einfach durch. Zack. Bang. Genial. Duh, duh, duh. Ba, 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 ba. Ach so, es geht immer weiter dann. Alles klar. Dankeschön für den Spaß. Dankeschön für den Spaß. Ah, vada. Vada. Okay. Da oben wäre Gold 1700 Meter. Wäre für megamäßig Ultra Platin. Ich hier rein. Wir sehen uns im nächsten Part von Rayman Legends wieder. Wir müssen dann irgendwie noch hier rein. Weil wir können auch wieder Castle Rock sozusagen. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.